Davor wollen wir uns an die Arbeit von Jennifer und von Sandra interessieren. Beide den Rissabfleiern. Guten Tag. Jennifer. Jennifer, voilà. Also, voilà. Ich habe einen Russen, wie ... Ich weiß nicht, was sie ist. Sie ist ein Buch, sie ist nervös. Okay. Caruso hat ein komisches Verhalten. Der 6-Jährige lässt sich einfach nicht mehr riten. Jennifer braucht nicht lange, um zu verstehen, was im Russen richtig fehlt. Ich habe zuerst bemerkt, es ist ein bisschen sensibel am Tisch, es ist ein bisschen verkrumpft. Aber jetzt, wie ich ein bisschen Massage drauf gemacht habe, muss ich erst noch nicht mehr. Es geht besser. Jennifer war Direktionssekretärin im Großhändel. Vor fünf Jahren hat sie ein Job bekommen. Mit ihrer Energie will sie der Caruso wieder Haare stellen. Wir können ... Ja, so machen. Rom und Eng. Und da kann ich fast nicht draufdrücken. Wenn ich fest draufdrücke, muss ich fest draufdrücken und das Russ reagiert. Was machen Sie hier, ganz speziell für das Russ? So ... So ... 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 Sandra und Jennifer haben beide fertig gebrungen. Aus ihrer Lieblingsbeschäftigung haben sie ein zweiter Beruf gemacht. Es bräuchte viel Zeit, aber es gibt auch viel Liebe. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020